hallo meine lieben freunde der königin der tausend jahre herzlich willkommen auf meinem kleinen kanal heute wie versprochen ein kleines gesamt review zu volumen 1 der königin der tausend jahre veröffentlichung von ksm schrägstrich play on pictures wie wir mittlerweile rausbekommen haben ihr seht hier noch mal das set vor mir ich mache eigentlich zwei separate bewertungen zur serie kann ich persönlich jetzt schon sagen ist von mir eine fünf von fünf punkten das ist klar allein schon durch den nostalgie bonus bei der verpackung gibt es leider ein paar punkt abzüge das hatte ich ja schon in meinem unboxing video angedeutet das gibt von mir nur eine wohlwollende drei von fünf der grund ist relativ einfach erklärt man bekommt hier zwar einen gesamtschuber direkt mitgeliefert der auch durchaus eine gute befriedigende qualität hat inklusive platzhalter für volumen 2 aber der rest macht halt eher einen kostensparenden eindruck wir haben hier das digipack in anführungszeichen dass ich einfach einmal aufklappen lässt um irgendwie die vier blu-ray dis unterzubringen und das auf einer ziemlich dünnen pappe also bei sowas habe ich persönlich immer angst dass das irgendwann mal einfach abreißt und außenrum haben wir dann hier einen dünnen o-ring schuber auch in einer sehr dünnen pappqualität das macht hat nicht den hochwertigsten eindruck sage ich mal für 50 euro kommen wir jetzt mal zur qualität auf den bis hier muss ich sagen die bildqualität ist wie erwartet man hat ja schon in den vorschau clips von ksm gesehen großartig für das alter da kann man sich jetzt überhaupt nicht beschweren aber wie gesagt meiner persönlichen meinung nach gab es da schon gute qualitätsvorlagen was das ausland anging beim deutschen ton merkt man durchaus das alter an ich weiß nicht welche quellen hier benutzt worden sind man hört hier allerdings schon das alter wie gesagt raus nichtsdestotrotz haben sie hier gute arbeit geleistet und ich konnte bis da doch keine fehler oder irgendwas störendes feststellen für mich persönlich hat die qualität auf den das absolut gezogen und hat mich überzeugt deswegen wird ich auch mit bisschen nostalgie brille natürlich auch hier fünf von fünf punkten geben bei den extras naja da kann man drüber streiten da hat man jetzt wahrscheinlich das genommen was man gerade noch so bekommen hat wir haben hier alle nennt man das zusammenfassende vorspende zu jedem einzelner episode zu allen episoden im japanischen original die so nacheinander abgespielt werden und wir haben eine bildgalerie aber sagen wir mal ehrlich bildgalerie man macht einfach screenshots irgendwo mitten in der serie habt ihr auch ein paar dinge abfotografiert um das ganze video hier eventuell mal mit dem ein oder anderen bild zu unterlegen copyright rechte hier wie immer bei ksm und play on pictures vielleicht zeigen die euch auch so ein bisschen mal die bildqualität wie sie so auf dem großen fernseher also ich weiß gar nicht mehr ich glaube schon 75 zoll wie die bildqualität auf so einem großen fernseher aussieht auch wenn man es nur mal kurz abfotografiert die serie wird hier höchstwahrscheinlich auch erstmals würde ich behaupten komplett erscheinen damit meine ich dass bei der deutschen erst ausstrahlung und auch bei der zweitausstrahlung also eigentlich bei den zwei einzigen ausstrahlung bisher da hat immer eine episode gefehlt und die habe ich jetzt hier direkt schon auf volumen 1 entdeckt und zwar ist dass die episode 20 das ist einfach so eine eine typische episode wie man es schon oft früher hatte bei der ein oder anderen serie wo einfach noch mal alles zusammengefasst wurde was bisher so geschah die haben sie damals in deutschland weggelassen die ist jetzt hier drauf komplett im auto mit deutschen untertiteln und wie gesagt bei episode 21 hört das ganze hier auf und ich werde jetzt mal ein kleines spoiler review machen was bisher so geschah und meine eindrücke noch mal zum besten geben also wenn ihr die serie noch überhaupt nicht kennt dann vielleicht jetzt lieber nicht weiter schauen oder ihr guckt euch einfach weiter an das video hier und erfahrt man so ein bisschen um was es da überhaupt so geht so und damit wie gesagt mein kurzes review noch mal zu der königin der 1000 jahre wie gesagt erst ausstrahlung in deutschland 91 und innerhalb des jahres 92 gab es dann noch mal eine zweitausstrahlung und ja ihr habt tatsächlich recht gehabt es war tatsächlich nur auf tele 5 ich habe da schon wieder ein jahr verwechselt weil ja tele 5 abgeschaltet worden ist ende 92 ich war aber gedanklich anfang 92 deswegen kam das natürlich nicht mehr auf kabel 1 das war glaube ich saber rider damals die königin der 1000 jahre wie gesagt zwei ausstrahlung auf tele 5 und dann nada sie waren einfach verschwunden wie gesagt hier noch mal mein kleiner hinweis miyuki damals auf tele 5 googelt es schreibt ksm an schreibt play und pictures an sowas nämlich auch gerne von miyuki super serie aber wir sind jetzt bei der königin der 1000 jahre und ich habe jetzt noch mal bestätigt bekommen dass diese serie tatsächlich sehr erwachsen ist wenn man bedenkt war ja 80 ich habe das mit zehn elf jahren ungefähr damals gesehen und war schon recht begeistert von der serie ist es wirklich eine art von serie die sich eher an so ein bisschen älteres publikum richtet aber die serie hat eine große stärke und diese stärke die bringt irgendeiner serie bei mir persönlich schon sehr viele bonus punkt es ist eine kleine geheimwaffe die für meinen persönlichen geschmack jede serie haben sollte die ich mir anschaue sie hat keine abgeschlossenen episoden sie hat immer ein offenes ende sie hat immer eine art cliffhanger an jeder episode am jedem episoden ende und das motiviert mich persönlich unheimlich dazu eine serie die jetzt noch nicht kenne weiter zu schauen wir erinnern uns an alle alten serien und die meisten von diesen alten serien hatten immer abgeschlossene episoden da hast du deine episode 20 25 minuten lang geschaut hast deine geschichte gehabt mit anfang und ende und fertig sehr sehr selten gab es da mal doppelfolgen die dann meistens ein cliffhanger hatten am ende von folge eins aber die königin der 1000 jahre ist durchgehend praktisch immer weiterführend und das macht schon mal einen großen spannungsgrad auf bei dieser serie die an sich ja schon spannend genug ist und wir haben hier harime ich hoffe ich kann mir den namen im laufe dieses textes jetzt behalten harime dessen vater ingenieur ist der arbeitet an einem scheinbar geheim projekt für irgendjemanden und dieses projekt geht dann auch relativ schnell schief und harime verliert seine eltern und muss von da von von diesem zeitpunkt an bei seinem onkel in der sternwarte leben also der übernimmt dann sozusagen die erziehung für den kleinen harime außer harime sehen wir dann noch zwei schulfreunde von ihm wir sehen jajoi die tochter zweier älteren menschen aus einem nudelrestaurant mit der freundet er sich schnell an die arbeitet dann auch ganz zufällig in der sternwarte vom onkel und wir haben dann urplötzlich einen planeten der aus dem nichts kommt und auf kollisionskurs mit der erde sich befindet und genau am 9 9 1999 um 9 uhr und 9 sekunden wird der mit der erde kollidieren und was dann passieren wird kann man sich wahrscheinlich denken und von da an nimmt dann die geschichte nach und nach so ihren lauf wie es oft bei dieser art von geschichten ist ist nicht immer ganz alles so realistisch also man braucht schon ein bisschen fantasie um das ein oder andere da zu glauben zum beispiel dass dann ein erloschener vulkan krater oder ein großer krater allgemein in der umgebung zufälligerweise ein eingang zu einer anderen welt ist diese andere welt befindet sich scheinbar zwei kilometer mindestens im erdinneren unseres planeten und da ist halt noch mal eine komplett eigene welt mit stadt und himmel und alles und drum und dran und dort ist sozusagen die erdfraktion stationiert von einer abgesandeten truppe der dieser planetbewohner von dem planeten der sich mit dem kollisionskurs auf die erde befindet wir erfahren später in der geschichte auch dass dieser planet alle 1000 jahre mit der erde kollidiert da wird dann natürlich auch wieder mal das aussterben der dinosaurier mit in verbindung gebracht ich weiß nicht wie viele gründe wir schon in diversen serien gesehen haben die für das aussterben der dinosaurier auf der erde damals ja zuständig waren sozusagen lange rede kurzer sinn wir haben dort unten also eine abgesandete truppe und die bauen da unten ein raumschiff die bauen die bauen sag ich die entführen wissenschaftler von der erde um auch damit zu bauen und ich glaube die wollen sie auch mit auf ihren planeten dann später nehmen und so weiter und so fort und es wird dann auch eben alle tausend jahre entschieden es wird eine person auf die erde gesandt um sich um das alles zu kümmern und das ist eben spoiler warnung ja 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 ist die königin der tausend jahre die das ganze alles organisieren soll und sie braucht aber die geheimen baupläne von harrimis vater denn der hatte genau daran gearbeitet und mit diesen sehr explosiven stoffen experimentiert für eben dieses antriebssystem für die raumschiffe und die pläne sind halt verschwunden seitdem er verstorben war und sie braucht diese pläne sie hat auch einen leibwächter der nicht so ganz unbedingt hinter dem steht wie sieht dass alles regeln möchte und gleichzeitig gibt es aber auch auf der anderen seite die diebe der tausend jahre also wir haben hier die königin der tausend jahre mit ihren abgesandeten auf der anderen seite haben die diebe der tausend jahre die dann alle so ein bisschen laufen die um die also die königin der tausend jahre die sind alle so ein bisschen futuristisch ja so so fortgeschritten gekleidet kampfanzüge raumanzüge nennen das mal so in die richtung und die diebe der tausend jahre die laufen irgendwie gefühlt alle in so trench coats rum so auf gangster mäßig der anführer ist ein eine person mit maske man sieht sie eigentlich man sieht sie eigentlich man sieht diese figur eigentlich nur mit maske und die zwei parteien sind sich halt auch nicht freundlich gesinnt also die bekämpfen sich auch und harimi gerät so in die mitte dieser zwei parteien und jede partei versucht ihn davon zu überzeugen dass sie doch die gute parteien sind und dass die andere partei immer nur das böse will und man soll doch der anderen partei nicht trauen eins haben die beiden aber gemeinsam sie wollen alle diese geheimen baupläne für das geheime antriebssystem haben und daraus entwickeln sich dann halt diverse geschehnisse wo wir dann halt auch immer wieder sind bei ein paar bisschen unrealistischere sachen wie man jetzt zum beispiel zwei kilometer ganz einfach unter die erde kommt und so weiter und so fort und das ganze entwickelt sich dann am ende von volumen eins dann auch langsam so in die richtung dass wir ein paar andere charaktere eingeführt bekommen beziehungsweise dass wir mehr erfahren über diesen geheimnisvollen planeten und dass da halt auch noch andere leute natürlich drauf leben und bei episode 21 ist es dann vorbei der anführer der dieb der 1000 jahre hat ein geheimes pendeln und kann damit harimi hypnotisieren und ist dann gerade dabei herausfinden zu wollen was er halt so wissen will und wird es so weitergehen wird harimi erzählen was der dieb der anführer der dieb der tausend jahre wissen will wird er ihm alle geheimnisse verraten ich glaube ich kann mich noch so ein bisschen grob daran erinnern 30 jahre zurück was es mit dem anführer der dieb der tausend jahre auf sich hat aber das werde ich jetzt natürlich hier nicht erzählen das wird dann irgendwann im september soweit sein denn im september erscheint ein volumen nummer zwei und ja es sind jetzt noch knapp zwei monate bis dahin müssen wir uns alle ein bisschen gedulden aber so könnt ihr euch persönlich auch noch mal zeit lassen das volumen in ruhe anzugucken ich habe das ja jetzt schon relativ schnell durch geschaut vielleicht wollte ich auch ein zweites mal angucken vielleicht habt ihr das aber auch noch gar nicht gekauft und sagt jetzt hey das hört sich doch alles sehr interessant an und sieht auch cool aus hier und das kaufe ich mir vielleicht lasst mich in den kommentaren wissen habt ihr schon reingeschaut habt ihr euer set schon denn wie gesagt bei amazon erscheint es erst jetzt in dieser woche bei anime planet gab es ja das letzte woche habt ihr das überhaupt schon habt ihr es bestellt habt ihr schon reingeschaut lasst mich alles zu dem thema wissen unten in den kommentaren und ich bin mal wirklich gespannt bis dato gab es ja schon einige positive resonanzen hätte ich nicht gedacht dass so viele leute noch die königin der tausend jahre kennen und vor allen dingen mögen also man hat jetzt eigentlich nichts schlechtes bis dato über die serie oder so gehört wenn einer was geschrieben hat dann meistens nur auch ja die habe ich früher auch geschaut fand die voll toll toll dass es die jetzt wieder gibt ungefähr so wie ich rede also wir sehen schon baujahr 80 bis pan 80 so haben so die gleichen serien früher geschaut und meistens auch so die gleichen interessen schön dass es euch gibt ich hoffe ich sehe euch dann demnächst in einem video wieder mal auf meinem kanal macht's gut ciao